Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich wieder eine Runde Slither.io. Ich werde es wieder versuchen, wie letzte Folge, in die Top 10 zu kommen, ohne Boost zu aktivieren. Ich starte schon mal die Runde rein. Ich hoffe das Video gefällt euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr weitere Folgen von Slither.io sehen wollt. Oder was anderes sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. So. Oh geil, geil, geil. Alles meins, alles meins. Oh Gott. Hä? Hä? Och Digga, da sterben ja wirklich gerade alle. Ey Digga, ich nehme das auch gerade irgendwie um 0 Uhr oder so auf. Ne, um 1 Uhr oder so. Ja, 1 Uhr müsste es sein. Also, wundert euch nicht. Ich bin jetzt wahrscheinlich ziemlich müde und, naja, meine Spielfähigkeit hatten wir auch gerade eben gesehen, weil es auch nicht so lecker ist. Digga, was ist das, Bruder? Oh, miese Krise. Digga, da heißt jemand Putin Huilo. Was für Huilo? Auf dem dritten Platz. Ja, Putin. Digga. Ich gehe mal in die Mitte. Da ist immer den meisten los. Aha, da ist ein Fetter. Auf dem Stück da. Und dann kann ich mir ein paar Punkte absammeln. Als ob. Digga, was ist wirklich heute los? Ich check hier gar nichts mehr in den Game. Du Scheiße. Du Scheiße. So, jetzt haben wir aktuell 64 Punkte. So, der erste Platz hat 30.000, der zehnte Platz hat 10.000. Digga. Oh. Digga. Oh. Ich hasse es so klein zu sein und so wenig Übersicht. Nein. Digga. Oh. Oh. Hä? Digga. Ich überschätz mich die ganze Zeit, dass ich viel wendiger bin. So. Ciao. ich kann aber nicht hin was ist es denn, Digga, ich bin nur, oh geil, 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 ey wirklich, ja komm, jawohl, geil, nein, fatze, spass Digga, so ein dreckiger, so ein Oha, ja wow, nichts abbekommen, da kann ich mir was nicken, da jetzt auch, da auch nochmal, hm, 10.000, stirb, ich hab das Gefühl, dass dieser Haus schon gleich stirbt, ich weiß nicht, oder der grüne, so, ja, ich hab's gewusst, nice, nein, Mann, ich bin 530 Punkte lang geworden, scheiße, ey, wirklich nicht, Digga, fühle ich gar nicht, Digga, zack, der gelbe stirbt doch gleich, ich seh das doch, jawohl, hör auf, gar nicht mehr alles essen, zack, nice, oh Gott, hast du den Boost aktiviert, obwohl ich's nicht mehr gedrückt hab, gut, sag, auch mal kreisen, ist auch echt schwierig, ohne Boost, oh, der Typ ist einfach poor, yeah, what the fuck, das ist 1400 Punkte, nice, oh mein Gott, der schwarze, wie er denn umkreist, oder, oh, der, oh, das ist ja knapp, Alter, was geht denn da rechts ab, Hilfe, Gott, ist das denn hierfür noch ein Geschwitzer, Alter, Gott, da rechts ist so eng, ja, 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 alles schön rein snacken, Digga, rechts geht die Party ab, komm, der Roto muss sterben, ich beliebe, dass er stirbt, oh Gott, was, wie unbeweglich bin ich denn, Digga, Mann, ich schwöre dir, es ist so unglaublich schwer, ohne Boost, Digga, es ist gefühlt unmöglich, Mann, Digga, ich hab Digga gesagt nicht mit N, also, ja, das hört ich manchmal so an, also, falls ihr denkt, Faust, nein, alles carpiert, Albania kann mich mal, Ich gehe jetzt in die Mitte und hoffe, dass ich da ein paar Punkte abschnacken kann. Ich hoffe, dass ich in die Top 10 komme. Oh Gott, hilf! Oh Gott, hä? Wie überlebt ihr das? Nein. Geil. Was ist denn dieser Typ? Ja. Ach du Scheiße. Alter, Paradies. Gott. Gott, was geht denn da längs ab? Oh. Nein, ich habe die Richtung gewechselt. Nein, warum, Digga? Ich bin so dumm. Was geht denn da ab? Ach, Mann. Ach, Schwuchtel, Digga. Spast. Und ohne Buß ist es so extrem anstrengend. Du Hund. Heuschler bist du. Geil. Es geht mir wieder in die Mitte. Aha. Ja, aber auch. Höhe. Nice. So. Hm. Geil, 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 geil. Da ist auch nochmal ein fetter gestorben. Zack. Geil, geil. Oh ja, lecker. Das schmeckt mir richtig gut. Geil. G steht für Gott und lecker. Puh. Wie kann er da durchgehen? Er ist so tot. Oder der grüne ist jetzt tot. Bei denen sieht ein bisschen eingekistelt aus. Da sterben sie alle. Ich kriege nichts davon ab. Oh Gott. Nein, ich hab den Buß. Mann, wieso ist das so, Digga? Ich aktiv... Ich... Mann, ich drück den Buß nicht. Er macht den Buß und deswegen sterbe ich auch, Digga. So ein nutzloser Stück Scheiße, Digga. Schon wieder. Er tut's schon wieder, Digga. Mann, Digga. Wirklich. So zum Kürzsten. Okay. Geil. Ja, genau. Ja, wow. Ja, besser so viel. Geil. Und... Nice. Er aktiviert schon wieder Buß. Digga. Ja, genau. Ja, genau. Hm. Alter, das sterben. Digga, was geht hier ab? Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Digga. Jawohl. Jawohl. Leihrekord für heute. Geil. Nein, nicht, gell? Oh, Digga, was ist das? Mann. Digga, wirklich nicht. Fühl ich gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir es jetzt schon zweimal hintereinander nicht schaffen. Okay. Ich hatte ihn doch, Digga, er hat vollgeleckt ein bisschen. Oh, so. Ein paar kurze Röpste. Hey, Leute, ich tue das nicht für euch, der ist so warm, wirklich. Das ist so unfassbar. Oh, geil, geil, geil. Ich tue das nicht für euch, der ist so warm. Und dann geht's so warm. Und dann geht's so warm. ja wow er aktiviert boost so ein opfer ja und ich krieg nichts ab nichts gar nichts krieg ich jetzt krieg ich ja so mein gott digga was passiert hier oh gott ich bin eingekesselt hilfe leute gott mein digga es ist eine dreie umkreis was ist das schmutz wirklich sind abstoßend 10 platz hat jetzt elftausend über mit sein ist auch nicht geschafft zum glück 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 Jetzt kann ich mal noch sterben. Trigger. alter stehe doch endlich ich habe das schwarze Stück gleich und egal ich schwöre es so schlecht aber leute in der nächsten folge geht es wahrscheinlich weiter mit vielleicht auch nicht ich werde die folge jetzt erstmal für euch beenden und das sind leichter und ein abo schreibt in die kommentare was jetzt nächsten sehen wollt und aktiviert die glocke weil sie keine weiteren videos mehr von mir verpassen wollt noch 300